Hallo Leute, euer Micha. Servus! Weiter geht es in meiner Schlafsackreihe mit meinem letzten Schlafsack, den ich jetzt in dieser Reihe vorstellen möchte. Und zwar ist es ein Western Mountaineering Modell Antelope GWS. GWS steht für Gore Windstopper. Das ist also eine Außenhülle, die sowohl Sprühregen wie auch Wind zuverlässig abhalten soll. Und das ist hier der Aufbewahrungsbeutel. Sieht aus wie ein riesiges Kopfkissen. Ist aus Baumwolle. Und selbst in diesem riesigen Beutel ist das wirklich prall ausgefüllt. Und jetzt dürfte gespannt sein, was ich da raushole. Das ist mein momentaner ganzer Stolz, was Winterschlafsäcke betrifft. Das ist wirklich ein absolutes Qualitätsprodukt. Anders kann ich es nicht sagen. Ich habe den jetzt zweimal getestet. Einmal auf dem Balkon und einmal draußen in der Natur. Und ich muss sagen, ein Wahnsinns-Schlafklima hier drin. Eine super Wärmeleistung. Ein winziges Packmaß im Vergleich zum Temperaturbereich, was das Schlafsack bringt. Natürlich, klar, wir sind auch preislich im High-End-Bereich hier angelangt. Schaut einfach selber mal nach, wenn euch der Preis interessiert. Ich möchte jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber das ist wirklich eine Klasse für sich. Anders kann man es nicht sagen. Wir reden hier über einen Schlafsack mit einem eingegebenen Komfortwert von minus 10 Grad. Wobei nach einhelliger Meinung im Geforen, was ich so gelesen habe, und auch meine erste eigene Einschätzung, macht dieser Schlafsack deutlich mehr an Minustemperatur. Ich würde manchmal meinen im jetzigen Gefühl, ich hatte jetzt noch keine minus 15 Grad, es waren so minus 10 Grad, aber da war er wirklich noch voller warm, also richtig schön angenehm warm, ohne schwitzig zu sein. Von daher vermute ich mal, dass wir minus 15 Grad auch ab können. Und die Schlafsäcke, die aus Amerika kommen, die sind da eher verhalten in ihrer Temperaturengabe, im Gegensatz zu europäischen Produkten, die da eher sagen, oh, meiner macht minus 15 Grad Komfort und reell macht er vielleicht noch minus 10 Grad. Ist hier eher umgekehrt, nach meiner Erfahrung. Was mir richtig gut gefällt, ist einerseits die Farbe, das ist so ein schönes Kobaltblau, würde ich sagen. Der Schlafsack ist innen drin schwarz gehalten. Das ist ja das, was ich immer sage, dass eine Seite vom Schlafsack schwarz sein sollte, um die Feuchtigkeit nachher schön rauszubringen. Und das ist hier auf der Innenseite gegeben. Das heißt, wenn der Schlafsack gelüftet wird, einfach links rum drehen, Reißverschluss auf, links rum und in die Sonne legen und schön auslüften lassen. Das ist hier richtig top gelöst. Das Innenmaterial und auch das Außenmaterial sehr angenehm im Griff. Kein Knistern mit dieser GWS-Hülle, Gore Windstopper, wo ich ein bisschen Bedenken hatte, ob das nicht ein bisschen knisterig ist, so gar nicht, wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, es ist ein typischer Winterschlafsack, so wie er sein soll, sein muss. Mit einer schönen Reißverschlussabdeckleiste, wie man hier sieht, richtig schön prall gefüllt. Da kommt wirklich nichts rein an Kälte. Dann ist die Unterseite vom Reißverschluss, die ist so ein bisschen versteift. Das ist dann dieser Klemmschutz, dass das Reißverschluss wunderbar weich zugeht, dass sie nichts einklemmt. Auch da top gelöst. Und auch die Kapuze finde ich fantastisch. Sie ist anders geschnitten, wie bei dem Exped Waterblock, wo auch eine echt gute Kapuze war. Sie ist anders geschnitten, aber trotzdem auch wirklich top. Natürlich auch hier ein kräftig gefüllter Wärmekraken hier mit drin, den man zumachen kann. Das zeige ich nachher im Detail. Jetzt einfach mal so als groben Überblick. Natürlich ein Zwei-Wäge-Reißverschluss. Eine gut gefüllte Fußbox, dass ihr hier keine kalten Füße bekommt. Also ja, hier ist jetzt mal eine Reaktion. Ein geiles Teil. Auch hier sieht man die Ähnlichkeit zum Exped Schlafsack, dass der Reißverschluss sehr weit bis zur Kapuze hochgeht. Das ist echt klasse. Ein sehr hochwertiger Reißverschluss. Auch hier von JKK, der schon von selber klemmt. Das heißt, er geht schon mal nicht von selber auf. Und dann hat er zusätzlich diese Lasche mit dem Klett, die ihr hier drüber machen könnt, als zusätzliche Sicherung. Natürlich könnt ihr auch bei diesem Schlafsack die Kapuze verstellen. Auch hier mit zwei Bändel. Wobei hier sehe ich so einen kleinen Nachteil im Vergleich zum Mitbewerb. Die Mitbewerber, was ich bisher so vorgestellt habe, die haben ja zwei verschiedene Bändelarten gehabt. Also Schnürearten, Breiten und Runden, dass man einfach nachts, ohne jetzt rumfummeln zu müssen, erkennt, habe ich jetzt die Oberseite oder die Unterseite, die ich verstellen möchte. Da ist vielleicht noch so ein bisschen Nachholbedarf bei Western Mountaineering. Wenn wir jetzt den Schlafsack aufmachen, dann seht ihr einen prall gefüllten Wärmekragen hier drin. Oberseite und Unterseite, wo also wirklich gar keine Wärme entweichen kann. Dann habt ihr hier an der Seite so Gummischnüre, auch mit so einem Tankaufschluss, dass das Ganze elastisch bleibt, dass es nicht so abschnürt. Das ist auch richtig cool gelöst. Und ihr habt bei diesem Wärmekragen ein Klettsystem, das hier in sich selber geschlossen ist, also dass hier keine Kleidung dran hängen bleibt, wenn das offen ist. Das heißt, ihr macht das auf und dann wird es hier gegengeklettet und dann ist dieser Wärmekragen geschlossen. Das finde ich ein richtig gutes System. Hier seht ihr das eingenähte Label von Western Mountaineering, wo man einfach sagen kann, Mensch, die Firma, die steht hinter ihrer Produkte zu 100 Prozent und ist auch stolz drauf. Da ist nämlich der Name von der Näherin drin, die diesen Schlafsack gemacht hat als Qualitätskontrolle. Also, wow, das kenne ich so überhaupt nicht von europäischen Schlafsäcken. Richtig, richtig cool. Natürlich gibt es auch bei diesem Schlafsack die Möglichkeit, den Schlafsack von unten zu öffnen, somit zu belüften. Hier sieht man nochmal schön diese richtig große Wärmeabdeckleiste, die auf der Innenseite den Reißverschluss abdeckt. Und wenn es euch dann nicht kalt wird, dann einfach wieder zumachen. Die Fußbox ist auch richtig prall gefüllt, so wie es sein muss, dass man keine kalten Füße bekommt. Und da seht ihr auch nochmal an der Unterseite das Label Western Mountaineering made in USA. Und dann ist hier unten nochmal so eine Anleitung dran mit den technischen Daten, welcher Schlafsack, welche Länge, Gore-Winstopper, Zipper auf der linken Seite und, und, und. Minimum 95% Daune, es ist eine 800 plus Daune hier drin. Ja, also, so was ich herausgefunden habe, ist es wohl eine handverlesene Daune bei Western Mountaineering, wo die auch da auf höchste Qualität Wert legen. Zum Schnitt vom Schlafsack, ich habe es ja gerade gesehen, es ist schon eine deutliche Mumienform, aber nicht zu extrem, dass ihr wirklich hier Füße ganz beieinander haben müsst in der Fußbox. Ihr habt da durchaus nur ein bisschen Spielraum und, also ich finde es angenehm, ein Top-Verhältnis zwischen nicht zu breit und nicht zu schmal. Obenrum recht angenehm oder sehr angenehm, im Schulter, Brustbereich, Oberkörper, dass ihr euch auch im Schlafsack noch ganz gut drehen könnt. Wirklich fantastisch. Also für, ich sage mal, normalgewichtige Personen, für mich der idealen Schnitt. Mitgeliefert wird von Western Mountaineering ein schwarzer Packsack in dieser Größe hier. Ja, ist okay, sage ich mal, aber ich lege bei so einem Schlafsack, vor allem in dieser Preisklasse, möchte ich keine Kompromisse eingehen. Und deswegen haben wir auch da für diesen Schlafsack diesen Sea-to-Summit-Packbeutel zugelegt mit diesem Event-Material, das wasserdicht ist und gleichzeitig atmungsaktiv. Das heißt, ihr könnt die Luft, die sich in diesem Beutel befindet, oder für mich die Luft, die im Schlafsack ist, die nicht reinstopft, kann über das Gewebe entweichen. Ihr könnt den Beutel weiter komprimieren und habt trotzdem einen wasserdichten, wirklich wasserdichten Packsack. Und das finde ich schon ein absolutes Feature. Und jetzt gucken wir mal, ob man den riesen Schlafsack mit einer Lufthöhe im Brustbereich von 25 Zentimeter, Wahnsinn, oder? 25 Zentimeter, das ist echt ein Knaller. Ich merke schon die Wärme, wenn ihr hier auf meine Beine drauflegt, das ist so angenehm. Und nochmal, Leute, ein Down-Schlafsack in einer hochwertigen Qualität mit einer guten 800er oder über 800 Daune drin. Das ist ein Schlafklima, wenn ihr einmal drin geschlafen habt, ihr wollt es nicht mehr wissen. Glaubt es mir, probiert es mal aus. Leid euch vielleicht von einem Kumpel mal einen guten Down-Schlafsack, wenn ihr noch auf Kunstfaser unterwegs seid. Dass ihr mal einen Vergleich habt, das gefährliche dran ist, ihr werdet mit ziemlicher Sicherheit dann sagen, weg mit meinem Kunstfaser, es muss ein Down-Schlafsack her. Aber ja, gönnt euch sowas. Das ist einfach ganz wichtig nach einer schönen Tour, vor allem eine Mehrtagestour, wenn ihr unterwegs seid, lange Strecke macht. Dass ihr abends einen richtig erholsamen Schlaf habt, da richtig euch erholen könnt und am nächsten Morgen voller Tatendrang und Elan wieder in den nächsten Wandertag starten könnt. Ich habe den Packbeutel in der Größe M jetzt im Vergleich zum Cumulus, wo ja der S gelangt hat, weil ich hier doch deutlich mehr Füllung drin habe in dem Schlafsack. Und da ist es noch viel mehr Arbeit, die ganze Luft jetzt erstmal hier voraus etwas rauszuquetschen, dass ich den Schlafsack hier überhaupt reinbekomme. Was mich hier ziemlich oder sehr beruhigt bei diesem Reinstopfen, das ist der Aspekt, dass ich weiß, es ist nicht das Schlafsackvolumen an Material, sondern es ist wirklich Luft, die hier drin ist. Und bekannterweise wiegt ja Luft so gut wie gar nichts. Und das ist natürlich genau das, was ich wollte. Einen deutlich leichteren Schlafsack für einen Wintereinsatz mit einem deutlich kleineren Packmaß. So Leute, es ist vollbracht, hat deutlich länger gedauert wie bei der anderen Schlafsäcke, diese ganze Luft hier rauszubekommen. Jetzt muss ich oben noch zweimal den Verschluss drehen, dass es auch wirklich wasserdicht abschließt. Dazu muss ich jetzt erstmal die Luft noch ausdrücken. Ich würde es richtig zischen. Und jetzt kann ich diesen Steckschluss zumachen. Jetzt habe ich schon mal eine deutlich kompaktere und viel, viel leichtere Schlafsackrolle hier vor mir, wie die zwei anderen Winterschlafsäcke, was ich bisher vorgestellt hatte. Jetzt gucken wir, dass wir den noch ein bisschen mehr in der Länge komprimieren und dann sage ich nochmal kurz was dazu. Was mir jetzt schon beim ersten Hingreifen auffällt, die Hülle in der Größe M, was ich jetzt hier habe, hat vier von diesen Ringen im Vergleich zur Größe S, die nur drei Ringen hat. Und mit vier Ringen kriege ich das natürlich viel gleichmäßiger in die Komprimierung. So, wieder ein orangenes Teil nach oben, Körpereinsatz moderat, dass die Luft schön entweichen kann, Riemen nachziehen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wir haben jetzt eine Länge von knapp 50 cm und einen Durchmesser von 20 cm. Schön langsam drücken, dass langsam die Luft entweichen kann. Diese Membrane hat halt eine gewisse Durchsatzrate an Luft und gebt euch einfach nach dem Schlafsack die Zeit, dass ihr das in Luft entweichen könnt. Und weiter möchte ich jetzt den Schlafsack gar nicht hier quälen mit einer Komprimierung. Ich denke, mit weiterem Körpereinsatz wäre nochmal ein, zwei Zentimeter drin. Aber Leute, ganz ehrlich, für den Winterschlafsack minus 10 Grad angegebene Komforttemperatur, das ist doch mal eine Ansage dieses Partners, oder? Und ich messe es jetzt für euch nach. Wir haben jetzt eine Länge von 33 cm und nach wie vor die 20 cm Durchmesser, weil Durchmesserverlummen kann man hier ja nicht komprimieren, sind da keine Gurte dran, die jetzt hier quer drüber gehen würden. Aber das ist doch mal eine Ansage. So, jetzt zeige ich euch nochmal den Vergleich zwischen Carincia Defense 6, Expat Waterblock 1400 und dem Western Mount & Ehring. So Leute, der abschließende Vergleich meiner drei Winterschlafsäcke. Defense 6 Firma Carincia. Knapp drei Kilo Monster, 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 Monster. Dann nicht viel weniger Monster. Der Expat Waterblock 1400 in der Ausführung LL, lang links mit 2,6 Kilo. Und last but not least, der Western Mount & Ehring Antilope. Das ist doch mal die Ansage, oder? 2,95 Kilo, 2,6 Kilo, 1,45 Kilo. Jeweils inklusive Packsack. Leute, jetzt macht euch selber ein Bild davon, mit was wollt ihr unterwegs sein. Klar, dass sich den nicht jeder leisten kann, ist mir ganz klar. Das ist eine eigene Klasse für sich. Aber ich sage mal, ein Kompromiss, wo ihr ähnliche Schlafsäcke bekommt, also ähnlich von der Wärmeleistung, ähnlich vom Packmaß. Also ich würde schon sagen, so um die 500 Euro solltet ihr ausgeben, wenn ihr was in dieser, in diese Richtung wollt. Wenn ihr nicht ganz so viel ausgeben wollt, wie der Wärmeleistung kostet, ich würde schon sagen, so um die 500 Euro sollte ein Winterschlafsack euch wert sein. Wenn ihr Wert legt, auf kleines Packmaß, geringes Gewicht und eine richtig gute, angenehme Daumenqualität. Ja, Leute, ich hoffe, ich könnte euch mit diesem mega langen, sehr ausführlichen Schlafsacktest, Schlafsackvorstellung, ein bisschen Hilfestellung geben bei eurer Wahl zum nächsten Schlafsack. Generell bei mir, ihr kennt es ja, die, die mich abonniert haben, die anderen einfach mal vielleicht unten den Abonnierknopf drücken, wenn ihr mögt und Lust drauf habt. Bei mir immer gerne Kommentare unten reinschreiben, ob euch was gefallen hat am Video oder ob ihr eine Kritik habt oder einen Punkt, Mensch, Michael, ist das so und so oder wie auch immer. Fragt mich, schreibt es unten rein. Ihr könnt auch gerne mich über meine E-Mail-Adresse kontaktieren, die ist bei mir im YouTube-Profil hinterlegt. Da könnt ihr mich direkt anschreiben, wenn ihr das nicht öffentlich machen möchtet und mir da gerne auch Fragen stellen, die ich auch gerne beantworte. Leute, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Micha.